Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben in der Monsterfalle und wollten relativ viele Steine zu unserer Base bringen oder zum Dorf. Und ich habe einen mitgebracht, den Reinhardt, der hilft mir jetzt beim Tragen. Packesel. Ja, Packesel und dann kann er auch sofort wieder gehen. Nee, das bin ich ja nicht. Ich fange ja nicht mit D an. Nur Halbtags. Ja, nur Halbtags. Oh, ein Creeper. Ah, ist der Sound? Killsteal. Mah, fängt der hiermit wieder an. Die Bugfixes habe ich im Texture Pack noch nicht durchgeführt. Und zwar aus dem Grund, dass das neue Texturenpaketsystem ja so sein soll, dass man für jede... Oh, Slime Balls. Kannst du die mal kurz töten? Gut, weil ich habe keinen Platz mehr. Killsteal. Nee. Ja, es soll so sein, dass man für jede Textur ein eigenes Bild hat im Texturenpaket. Und deswegen warte ich, bis das so ist. Kannst dich wieder nicht bewegen. Äh, jetzt geht es wieder. Okay. Keine Ahnung. Irgendwie in letzter Zeit mit... Nein, komm, so. Super. Ich teile dem Scheiß-Server mal kurz einen höheren Prozess zu. Ähm, höhere Priorität zu. Hoch. Priorität ändern. Ähm. Oh, ähm. Ich merke leider nichts. Ja, Mann. Dann port ich dich eben. Kannst du mich schlagen. Ey, jetzt hast du erst den Schaden bekommen. Ja. Alter. Naja. Okay, jetzt schand ich wieder zu gehen. So halt, äh, wegs, ne. Schlag ich dich jetzt selber. Femm, besser klappt. Komisch, mein Ping ist gut, dein Ping ist gut. Woran liegt das denn bloß? Keine Ahnung. So, hier in die Truhe, in die zweite. Äh, scheiße, in die zweite. Steine mitten in, äh, ja, da kannst du Slime Balls reinlegen und dann in die dritte. Äh, wie in die dritte Slime Balls? Nein, in die dritte die Steine rausholen. Was, da sind keine Steine mehr drin? Doch, bei mir schon, aber nicht viele. Äh, ja gut, dann nehmen wir auf der Seite die zweite, da sind noch ein paar Steine drin. Ein paar. Alles so viel wie möglich, oder? Ja, und tue alle deine anderen Items raus. Ich leg mal einen Kaktus rein. Okay, gut, äh, aber, äh, nicht alle, weil hier musst du noch ein bisschen Erde mit rausnehmen. Äh, aus der ersten Truhe. Gut. Ja, aber ich muss warten. Bist du voll? Den hier zurücklegen. Ja, aber ich brauche noch was zu essen, was ist so gut. Äh, okay, gut, dann komm mit. Besser. Ich hab, äh, scheiße, stimmt, ich hab auch nix zu essen. Ah, nein. Creeper, scheiße. Nein, nicht lecken, nicht lecken, nicht lecken. Scheiße. Ah, ich muss, ich, 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 ich kaputt, äh, klopp dir jetzt mit Boot kaputt, ne? Ah, cool, danke. Nicht von dir, nicht lecken. Du willst sein Escape-Skill ein? Ja, mach ich. Oh, nein! Du hast recht, der Server leckt. Ach, nee, ähm. Ah, 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 ah. Von wegen Server leckt. Ich bin voll. Deswegen kann ich keine Items mehr aufheben. Genius. Jetzt hat er hier die ganzen Fackeln aus den Decken rausgerammt. Ich meine schon. Äh, gehst du ins Lager? Dann kannst du dich da mit Essen zudecken. Aber nicht alles, ich brauch nur noch. Was, was, wo, was? In deinem Haus? Ja. In Lager. Ja. Leck. Ah. Oh, nein. Klappt das nicht. Hallo. Hallo. Ich hab mich mal zu dir gefordert. Oh, flying is not allowed on the server. So ein Rotz aber auch. Geht am wenigstens gleich Nuke? Nein, ist kein World Elite drauf. Ach, Mann. Aber lecken geht wohl. Ja. Mann, was ist das denn? So was, ich spiel einfach ohne Texture Pack. Vielleicht hilft das irgendwie. Keine Ahnung. Oder es liegt daran, dass das eins, äh, das, das ein anderes Serverex ist. Ja. Da Minecraft, äh, ja meinte, nicht funktionieren zu müssen. Oder die Seite. So. Ich mach dir auch nochmal ein kleines Boot. Ohne Holz. Verdammt, warum hab ich kein Holz mehr? Hab ich das alles mitgenommen? So, jetzt sieht das Ganze irgendwie auch ein bisschen leckfrei aus. Ja, äh, wirst du wohl schwimmen müssen? Oder du portest mich einfach hinterher? Ja, äh, hier ist Brot hinter dir. Äh, äh, du bist gar nicht mehr. Dann. Nicht Brot. Nur 18? Was soll das? Geiz. Ja, ich hab also selber 17 hier. Kommst du runter, wir schlafen. Ja, 17, die du mir geben könntest. Haha. Ne, komm, wir gehen Penn. Äh, kein Bock. Hä, hä, hä. Aber was ist denn das mit den Hunden? Ja, oh ja. Genau. Oh nein, das Minecraft steht woanders. Scheiße. Hast du auch schon, ne, hast du eine Bahnverbindung zum Dorf schon gebaut? Nein, das Dorf ist ja, äh, unter dem Meer, aber hier ist der Bahnhof, der führt mich wenigstens in die Wüste. Das heißt zu dem, äh, Platz, wo ich, äh... Hast du mir, äh, Permissions gegeben? Ach ja, äh, ich wäre Schuppé, Chui 2, 0, 11. Okay, gut, und... Äh, 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 396. Boah, ist der überhaupt nicht laut? Boah, was ist das denn? Der ist ja mal gar nicht so. Der scheiß Maschinen-Sound, ey. Tschüss. Jetzt teleportiert er sich. Es hat, äh, wer war das? Ich glaube, Gudon, der hat sich mal vor mich teleportiert, auf unserem Server. Und, ähm, also, zu mir teleportiert er, stand er vor mir und mein Minecraft wieder zurückgestoßen, war richtig mies. Dann bin ich den ganzen Weg wieder zurückgefahren, hab mich voll angekotzt. Und warum leckt der Rotz? Äh, keine Ahnung. Was jetzt alles beim Minecraft runterstellen, obwohl es sonst irgendwie immer funktioniert hat? Keine Ahnung, ob man. Oh, ja, ja. So ist das halt. Und der arme Reinhardt, äh, hoffentlich finde ich das Boot ohne Waypoints. Äh, das Boot, genau. Das, ähm, Dorf. Ja. Und bei mir läuft alles Leck frei. Bei mir Leck sogar ist Lecken. Das klingt ja gut. Ja. Ist das denn da? Okay, okay. Oh, überall diese komischen Wüstenbrunnen, vor denen ich solche Angst hab. Oh nein, 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 ich hab mich verlaufen. Nein, 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 ich bin richtig, oder? Ja, ja, oh Gott. Bin ich doch noch richtig. Hier, Extreme Hills, äh, da wollte ich mich auch nochmal niederlassen, vielleicht. Ganz ehrlich. Was, was soll das? Warum? Ah, kennst du's. Oh nein. Na, nächste Aufnahme, äh, könnten wir vielleicht mal so machen, dass ich dir meine Welt schicke. Sind ja nur 89 Megabyte. Und dann hostest du vielleicht den Server. Nein, ich weiß nicht, ob das ich benutzen würde. Na, dann leckt's bei mir. Ja, wahrscheinlich. Und bei mir. Genau. Ganz ehrlich, mit meinem alten PC hat meinen Kopf nicht so gelegt. Ja, das könnte echt daran liegen, dass die Server-Jar, ähm, 146 ist und wir auf 147 spielen. Aber glaub ich eigentlich nicht. Ist für 147 noch gar nicht draußen. Äh, sollte eigentlich schon auf der Minecraft Homepage, dieses Standard-Minecraft-Scheiß-Ding da. Aber, äh, ja, meinte ja Minecraft, nee, das klappt jetzt nicht. Das geht nicht. Das hat mich irgendwie ein bisschen angekotzt, aber naja, was, was zu uns. Ups. Ja, ich muss jetzt hier eine ganze lange, weil alle fahren, ja, äh, ach nee, du hast ja jetzt Standard-Textur-Paket drin. Ah, scheiße. Frau, wo bist du? Äh, nein. Muss das Land, scheiße, in welche Richtung muss ich fahren? Ich glaub hierhin. Ah, man. Ja, gut. So. Soll ich jetzt einfach mal Slash Kill Chew hier eingeben? Äh, nee, das klappt nicht. Soll ich mal ausprobieren? Nein. Wenn, dann probier ich mal Slash Bun Reinhard. Ob das klappt? MAAA! Ja, von wegen, das leckt. Jetzt geht's. Ich seh' dich. MAAA! Ey. Boah, bist du bald mal da? Nein, das ist das ja. Und du meinst, ich hätte ne Bahnverbindung dahin gebaut. Ja. So, so stundenlang übers oder unters Meer. Hoffentlich ist das jetzt hier. Kannst du da nicht ein Fly-Mod reinhauen? Stimmt, ich könnte mal kurz in... Ach, Mist, jetzt. Ach nee, das Boot ist nicht kaputt. Du bist auch auf die Idee gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier ist, weißt du? Das ist gerade mein Problem. Ich weiß nicht, wo das Dorf ist. Ja, da vorne ist so ein Dschungel. Ah, gut, dann ist das Dorf da lang. Äh, ach. Dann sollte hier gleich das Zuckerrohr auf... Ja, da ist es gut. Puh. Soll ich mal im Gegend hier? Ja. Das findest du nicht, dass du ein bisschen viel Zuckerrohr so hoch... Nee, ich wollte mir eigentlich mal Bücher machen, aber ich vergesse mal, das Zuckerrohr zu ernten. Komm, mach ich das ja gleich. Okay. Gleich, wenn du wieder Platz im Inventar hast. Ja. So. Äh, halt, alles ordentlich einsortieren. Cobblestones kommen in die Kiste hier. Bist du leer? Nein. Ah, dann muss ich jetzt noch Kisten machen. Halt, warte, in die untere Kiste kommt erstmal nix rein. Wo kann ich die Erde rein machen? Äh, die... Ja, ein bisschen klein, das Lager, was? Ja, noch. Wird noch. Aber ich kann schon mal Zuckerrohr entgehen, bis du fertig bist. Ja. Scheiße, du mir die Items erstmal ausblenden. Ah, Tüter. Mein, meinst du, womit ich mich in Game Mode gesetzt hab? Bin sofort zum Tippen. Äh, Slash Game Mode. Ja, ich bin aber sofort zum Tippen. Den Befehl hat Goode früher nie geblickt. Was? Slash, äh, Game Mode, guten LP, oder Goode YouTube, äh, und dann, ja, die Game Mode halt hinterher schreiben. Muss ich dem das immer machen, in unserem Together. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ja. Hätte nicht gedacht, dass wir doch so viel mitnehmen, aber puh. Ja, du wolltest doch, dass ich mein Inventar voll klatsche. Jetzt hast du den Salat. Ja. Jetzt hab ich den Salat und ich hab die Kisten ganz falsch ansortiert. Aber zu mir sagen, sollt ihr bloß alles ordentlich ein. Nee, nicht, äh, äh, also... Ja, 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 ja. Nee, ich meinte hier, ich hab die Kisten falsch, äh, gesetzt. Ja, 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 sicher. Ja, 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 ja. Ist doch ein Müll jetzt hier mit den Kisten. Meinst du, du kannst das kurz mal fixen? Äh, äh, was denn? Ah, nee, warte. Das sollte doch so gehen, oder? Ja, wenn nicht zu viel drin ist, ne? Ah, jetzt liegt da das Brot obendrauf. Ich werd nicht mehr. Ah. Ganze Essen erstmal hier reinkloppen. Boah, hab ich hier eine Menge Brot. Ich hab... Ich bin so ein Brotfresser. Man merkt, dass ich aus Deutschland komm. Mann, ich hab das grad schon mein Brot zerklopft. Ah, Vorsicht! Oh, Gott sei Dank, er hat's nicht eingesammelt. Meine schön kostbaren Items hier. Boah. Hm. So, gut, ähm... Wunderbar, jetzt klappt das einigermaßen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo was leer ist und wo du was reintun kannst. Warte mal kurz. Hast du nicht noch Holz irgendwo? Ja, das hab ich im Endeffekt. Ja, das hab ich im Endeffekt. Ja, dann machst du mal Truhen. Äh, ich will das, äh, erstmal das Essen irgendwo reinstopfen. Hier, hier kann das rein, das Essen. Ich hab immer mein Essen. Ich will das behalten. Nee, also für mich, dann ist hier, hier oben die Truhe noch frei für Koppelstones und Erde. Nee, jetzt nicht mehr. Hab jetzt die Erde reingeklopft. Also, du hast doch... Warum baust du irgendwie alles unterirdisch? So, allerdings hast du den Berg drin größtenteils oder so. Damit schon, weil ich keine Fassaden bauen kann. Ja, dafür hast du mich. Ja, soll ich dich jetzt immer ins Let's Play holen? Ja, Robin, bauen wir mal kurz ne Fassade. Ich kann das nicht. Nee, der Dorf ist ja wenigstens überirdisch. Auch wenn es einen unterirdischen Teil hat. Aber das ist überirdisch. Größtenteils. Wem, da ist noch ein bisschen... So, wollen wir das jetzt den Rest Kabel hinmachen? Ja, hier oben, hab ich doch. Hier, da, in die Truhe. Wo die Erde jetzt drin ist? Warte, hol ich da hinten die Erde raus und mach da, wo ich jetzt Erde hinnehme, ein Kabel rein und da, wo die Erde ist, mach ich jetzt Erde rein. Okay, gut. So. Schöner Platzmangel wieder. So, ich hab mal direkt mal Axt, zwei Äxte, Spielzocke, ein Diaschwert, ne. Wie viele Diamanten hast du eigentlich mittlerweile? Äh, hier hab ich noch zwei und drüben hab ich, glaub ich, noch 18 oder sowas. Du kannst doch mal schon eine Diamant-Ausrüstung machen. Eine Diamant-Rüstung. Diamant-Ausrüstung. Achso. So eiskalt, weißt du, Diamant-Ausrüstung, weißt du, ich, der dir keine Rüstung baut. Achso, den? Ne, dauert halt doch die Friedrichsbrücke, okay? Ja. Das war der scheiß Brudel. Ich find den auch schrecklich, aber. Genau wie diese scheiß Musik. Ah, äh, ja, tschüss, bis im nächsten... Ich find den auch schrecklich, bis im nächsten Mal.